Hey Mama, ich habe schon alle Hausaufgaben gemacht und mein Zimmer aufgeräumt. Es ist okay, wenn ich Roblox zocke. Naja, wenn du alles gemacht hast, dann natürlich. Juhu! 15 Minuten später. Ich frage mich aber, was die Katja da alles zockt in diesem Roblox. Oder wie auch immer die das genannt hat. Dann versuche ich mir einfach nur ein bisschen zuzuhören, was die da alles so sagt. Stirb, stirb, stirb. Oh mein Gott, wir müssen ihn ausrauben. Hahaha, du Loser. Und das sagt alles meine Tochter? Katja? Oh, äh, was Mama? Hausarrest! Sofort! Aber ich habe doch nur gezockt.